Musik Kurzwelle steht. Ich habe ISM und einige Standardempfänger am Laufen, Sir. Versuchen Sie, Ismailia direkt über Antenne zu erreichen, sobald wir uns US nähern. Bis dahin absolute Funkstille. Aye, aye, Captain. Irgendein Zeichen von Tune Stone? Gar nichts. Nicht mal eine Trägerwelle, Sir. Wir werden hier verrecken. Wir bleiben zusammen und am Leben. So Leute, nochmal eine kurze Einleitung für mich, weil es wieder ein bisschen länger her ist, da ich das nicht mehr gespielt habe, wo wir stehen geblieben sind. Und damit ein herzliches Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Battlefield 4. Es ist nun bald das Ende da. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt wirklich da aufgehört haben, wo ich jetzt da weiterspiele. Ich meine schon, wenn wir jetzt hier kein Black Screen hätten. Das Laden dauert hier manchmal echt so lange. Ich weiß auch nicht wieso. Auf jeden Fall, es ist wie gesagt ein bisschen länger her. Ob das eine süße Idee ist? Das ist die voll beschissenste Idee aller Zeiten. Ach ja, stimmt's. Also gut. Es wird eine Weile dauern, bis wir da sind. Ja, genau. Hier haben wir aufgehört bei dem netten Wagen hier. Warte, ich muss erstmal mein Mikrofon hier positionieren. So, jetzt. Äh. Boah, geht die Maus gerade schnell. Alter. Worauf warten wir denn? Ich hab andere Spiele gespielt, da war die Mausempfälligkeit nicht so schnell. Ach du Scheiße. Warte mal, warte mal. Optionen. Tut mir gerade mal leid. Mausempfälligkeit. 77. So. Jep. Okay. Auf jeden Fall das nette Vieh hier. Und da steigen wir jetzt mal ein. Mal gucken, wie es weitergeht. Wie gesagt, wir haben fast das Ende erreicht. Danke. Ja, so kann man die Ladezeiten auch machen, EA. Leute, ich bin auf Origin gegangen und es kommt ein neues Need for Speed. Alter Vater, Scheiße. Mit Tuning und mit keine Ahnung sonst was. Aber da bin ich gespannt, ob das wieder Scheiße wird. Deswegen muss ich mich langsam dran halten. Und das wird langsam Zeit, dass ich mal wieder ein bisschen durchspiele. Dauert aber noch. Eine Stunde später. Okay, das war aber schlecht gemacht, jetzt ehrlich gesagt. Das fand ich jetzt ziemlich schlecht gemacht. Die Menschen zu Hause, die du erwähnt hast. Wer ist das? Meine Frau und drei Kinder. Nice. Ach, verdammt nochmal. Ja, das Ding ist massiv. Glaubst du, wir haben genug Sprengstoff? Ja, wenn wir ihn richtig platzieren. Hier anfangen und die Ladungen über den Dampf verteilen? Siehst du die Mitte? Das ist eine Schwachstelle. Da bringen wir die Primärladung an. Hast du einen Ingenieursabschluss? Ich habe genau so einen Ingenieursabschluss, wie du eine Medizinerin bist. Ich habe wirklich eine medizinische Ausbildung. Egal. Bist du wirklich sicher? Wir weiden ihn aus, von innen. Seid ihr bereit? Jawohl. Auf geht's, Rack. Wenn ich kurz fragen darf, wofür sprengen wir den nochmal? Ich habe es vergessen. Wie gesagt, es ist schon etwas länger her. Ich habe auch gesehen, dass wir... So, wir haben hier wieder einen Sniper dabei. Ich möchte gerne mal... Hier ist immer noch ein Scharfschützer. Aber ich wollte mir nochmal das LMG mitpacken. Hier ist die AUG. Weil die beiden MGs schon ziemlich geil sind. Wir könnten... Also ich habe gesehen, dass wir auf Kuba halten. Okay. Wir sollten uns doch ein Scharfschützengewehr mitnehmen. Oh. Das sind überall Russen. Einiger Scharfschützer auf der linken Flackbracker. Na, wenn die Scharfschützen haben... Dann habe ich auch welche. Würde ich sagen. Ich muss mir kurz überlegen. Das Baby hat ein bisschen mehr Muni. Dann wählen wir uns doch ein Scharfschützengewehr. Präzisionsgewehr. Schaden macht das Teil mehr. Hat sogar ein Zweibein. Also mehr Stabilität. Nehmen wir uns das Baby doch mal mit. Ist es jetzt... Klug anzugreifen? Oder ist es klug, Taktik ranzugehen? Also wir haben hier unten eine Mauer. Lass mal überlegen. Ich möchte jetzt erstmal nichts überstürzen. Wir schauen lieber noch mal durch. So, ob hier noch irgendwo Gegner sind. Die sehen mich fast. So, langsam, 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 langsam. So, die sehen mich fast. Wir haben ja wie gesagt auch keinen Schalldämpfer. Etwas das Problem. Weißt du was? Wir machen einfach Ballern. Ich schieße den Steinarzt ab, kann es sein. Das hat ja gut funktioniert. Ähm, ich treffe irgendwie anscheinend nicht. Obwohl ich ja voll drauf bin. Pass mal auf. So. So. Okay, das war jetzt alles daneben gesetzt. Mach mal die Spacken da. Ich könnte auch mal was tun. Hallo. Jetzt. Mädel. Verpiss dich doch mal. So, machen. Das kannst du nicht. Ich ziehe als Hardcore vorbei. Ja. Okay. Dann machen wir es halt anders. Okay, ich bin mit dem Aiming. Ich bin mit dem Aiming. Mach so Hardcore raus. Ich denke mal, Luft und so wird ja auch berechnet. Von wo werde ich denn als hier abgeballert? Summer. So. Der wird ja da. Ich treffe den nicht, ich treffe den irgendwie nicht Überall muss ich nachladen, das gibt's damit Alter, alter, das war schon wieder Nicht professionell Soll ich mich nochmal umbringen lassen? Ja, komm, das war scheiße Komm Äh, neuen Checkpoint laden, so Das Scharfschützengewehr ist schon mal irgendwie kacke, find ich Weil ich hab's gesehen, ich bin voll drauf gewesen Und normalerweise sind die doch präzise Okay, probieren wir's einfach nochmal Weil, das war ja Scheiße Ja, lass den Heli mal kommen Ja, Moment Machen wir mal kurz hier So Nehmen wir das da mit Und das da nehmen wir auch Scharfschützengewehr mit Das da Ja, wir sehen uns erst mal um Ja, würde ich auch sagen Scheiße Da sind überall Runden Da haben die das gemacht Überall Spasten, 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 Spasten Spasten Was hat der für eine Waffe Na ja Hier können wir auch lang gehen Der wird uns jetzt sehen Ich würde jetzt nur gerne wissen Was ist der Unterschied zwischen D und D-Waffe Ja 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 So, diesmal machen wir's aber besser So, den haben wir schon noch Den haben wir auch schon mal getroffen Den haben wir auch schon mal getroffen Kurz nachladen Halt deinen Maul Halt deinen Maul Dein Maul Wir sind alle so weit weg. Keine Sicht. So. Ja, da hast du deinen Kopf etwas zu früh weggezogen, Kollege. Äh, warte mal. Da. So. Das haben wir jetzt schon mal etwas geklärt. Läuft auch schon mal ein bisschen besser. Okay. Äh, ich bräuchte mal... Schaddi freigeschaltet. Hab schon. Wo konnte man den Feuermodus nochmal nehmen? Ich brauche eine andere Waffe. Die ist scheiße. Die haben dort einfach ausgestirbt, ey. Drecks Einzelschuss. Da ist eine Granate hinter und hier, ne? Er. Ich halte er. Meine Fresse. Oh, fuck. Den Granate. Uh. Oh, 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 oh. Oh. Geh klar, Racker. Oh, umgehe ich jetzt. Geil. Hallo. Ne. So. Alle Feinde erledigt! Was habe ich da? C4. Ich hatte doch die 3. Die 3 habe ich keine. Kann ich nicht wählen. Egal. Ja, habe ich. Shit. Was? Was? Der ist nicht schnell durchgeflogen, oder? Der ist genau... Der hätte normalerweise treffen müssen, ohne Spaß. Genau wie da. Nur irgendwie nicht wirklich getroffen. Das war ein Witz. Der ist durch da... Na also. Hat zwar ein wenig gedauert... Ach, da haben wir noch einen Schuss. Was ist das? So. Ich auch. Wir hätten auch das nehmen können, aber... Das andere war lustiger. Wie kommen wir jetzt da rüber? Okay, ich verstehe schon. Na, wir behalten das Teil mal hier. Hab ich schon. Wir gehen einfach hier durch. So. Das sieht aus. Ja, also klar. Alter. Trifft man doch überhaupt nichts, wenn es so hell ist. Was? Also hin. Warum bist du da unten, Kollege? Hoch. Danke für deine Deckung, Gehore. Granata. Ja. Ja. Hier, da ja. Flaschgranaten, na. Ich will schauen. Was willst du denn von mir? Diese KI ist nicht die beste. Ohne Spaß. Da hätten sie das auch weglassen können. Boah, das regt mich jetzt auf, ey. Da stehen Gegner. Ja. Und kriegen es nicht geschissen, mir zu helfen. Also, weißt du? Ganz ehrlich. Das ist... Halt die Fresse, du Hure. Die Eier, äh. Was ist da? Was jetzt? Was ist denn jetzt? Jetzt ist das Spiel hängen geblieben, oder was? Boah, ich krieg jetzt das Katzen.